Ich bin dreißig, doch schon so alt. Ja. Und ihr sagt, der ist es. Ich habe ja seit unserem Einzeldate nicht mehr mit ihm gesprochen. YouTuber Roma. Sie trägt ihr Herz auf der Zunge. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Alex. Hier geht es natürlich weiter mit den beiden Bachelors. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, klickt auf den Link ganz oben in der Videobeschreibung. Da geht es nämlich zur RTL Plus und da gibt es alle Folgen jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen, sowie auch viele ältere Staffeln. Aber jetzt geht es hier erstmal los mit Schamanen. Viele von euch haben ja auch schon herumorakelt, wer wohl in dieser Folge rausfliegt. Und jetzt geht es wirklich an die Favoritinnen, nachdem eine große Favoritin, nämlich Leonie, auch schon in der letzten Folge möglicherweise unfairerweise aus der Show ausgeschlossen wurde. Beziehungsweise seit man keine Rose bekommen hat. Sollte jetzt nicht so dramatisch klingen. Aber ihre Mobber sind noch da und wir sehen, ob die Köpfe heute rollen werden. Jetzt wird es wirklich ernst. Wir haben heute ein Gruppendate mit allen acht Ladies, die jetzt noch da sind. Und wir werden heute einen afrikanischen Heiler kennenlernen, einen sogenannten Sangoma. Ich weiß jetzt nicht genau, was der heilen soll, aber der bringt auf jeden Fall ein paar interessante Erkenntnisse auf den Tisch für alle, die da mitmachen wollen. Ja, willkommen zu diesem sehr, sehr magischen und spirituellen Ort. Laut Wikipedia sind Sangoma südafrikanische Wahrsager oder Heiler und die Bewohner gehen da wohl bis zu dreimal im Jahr hin. Solche Gebrechen haben die hier nicht, aber einen Blick in die Zukunft beziehungsweise in die eigene Seele möchten die mit den Ahnen jetzt eben erfahren. Die Fußbekleidung des Sangoma sieht mir jetzt übrigens nicht so traditionell aus, aber was weiß ich schon. Beim Bone Reading wird der Inhalt von so einem Beutel, wo eben Knochen drin sind, auf so eine Matte gekippt. Und der Schamane oder der Sangoma liest dann daraus ab, was eben diese Person, die das geworfen hat, bewegt. Und es muss ausdrücklich nicht jeder mitmachen, wird vorher gesagt. Oh ja, ich will. Ich hatte in dem Moment gar keine Angst. Also ich mag sowas, egal was es auf mich zukommt in die Richtung. Ich will es herausfinden. Das ist voll mein Ding. Kim traut sich auf jeden Fall als Erste und die erkennt sich auch direkt in dem Gesagten wieder. Du gibst, 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 aber du hast nie was von diesen Leuten bekommen. So alles in allem sagt er hier eben, du hilfst gerne, du hilfst zu viel und du bekommst zu wenig zurück. Und wahrscheinlich würde das auf jede zweite Person passen. Deswegen finde ich das jetzt noch so ein bisschen, naja. Aber Kim erkennt sich auf jeden Fall wieder. Die hat sich auch sehr aufopfernd beim Kanufahren und auch sehr empathisch um Leonie gekümmert. Und ja, dann sei es ihr gegönnt. Bei Nadja trifft er dann einen Nerv, aber es sieht auch so aus, dass wir erst mal einen eigenen Nerv treffen. Quinley, hey, come on. There was a guy that loved you so much, but you loved the other guy and then you left the guy that loved you. Ja, also offenbar hat sie irgendwann mal den Falschen verlassen für einen anderen und der eine hat sie noch geliebt. Das passt auch auf ziemlich viele. Also ihr merkt, ich kann diesen ganzen Hokuspokus nicht viel abgewinnen. Glaubt ihr an sowas? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, mich würde das interessieren, weil ich, wie gesagt, ich ziehe da nicht viel draus. Wenn man sich darauf einlässt, dann kommen natürlich auch möglicherweise interessante Erkenntnisse und Erinnerungen zu Tage, mit denen man sich dann in diesem Moment bereit ist, auseinanderzusetzen. Und Eva macht das sehr souverän und sehr sympathisch. Also ich dachte, ich ersticke, so schlimm war das. Ich hatte viele Tage, wo ich wählen musste zwischen Schatten und Licht und ich habe mich halt einfach bewusst immer für das Licht entschieden. Ich glaube, ich nehme mir einfach heute noch mal mehr Bewusstheit an sie zu denken. Und ich hoffe, dass sie stolz auf mich ist. Also das ist doch mal wirklich schön, oder? Also nicht so fake wie manche andere, die da noch rumhampeln. Die Bachelor selber sind aber natürlich auch dran und wir sehen jetzt Sebastian. Ich fand irgendwie Sebastian, so wie er da saß, auf so eine ganz absurde Art und Weise, extrem sexy. Weil er so irgendwie so nahbar und auch so ein bisschen verletzlich gewirkt hat. Bei Sebastian möchte ich sagen, ist der Sangoma auch wirklich ziemlich akkurat. Aber vielleicht wusste der auch im Vorfeld schon so ein bisschen was über ihn. Hat sich informiert und ein paar Eckdaten bekommen, damit da jetzt ein besonderer Wow-Effekt entsteht. Im Anschluss dieses Geschehens gibt es dann natürlich noch ein paar Einzelgespräche. Und das erste findet zwischen Dennis und Nadja statt. Was ich sehr, sehr zutreffend fand, dass er gesagt hat, ich fühle mich zu vielen Frauen immer angezogen. Und tatsächlich ist das auch so. Ich möchte einfach auch mal wirklich, dass es genug ist und dass man mal zu Hause ist bei einer Person. Ich möchte mich einfach wirklich in die eine Person verlieben. Weil Dennis nur noch eine Frau in seinem Leben haben möchte, knutscht er jetzt mit Nadja rum. Und Knut standen am gleichen Ort und nur ein Gespräch später mit Rebecca. Zwischen diesen beiden Küssen vergehen in der Sendung übrigens ganze 63 Sekunden. Was machen Sachen? Spulen wir aber etwas vor, weil jetzt kommt das, was in der letzten Folge angeteast wurde, nämlich der Besuch der Familie. Beziehungsweise in Dennis' Fall der beiden besten Freunde. Wir sind heute hier auf einer Straußenfarm. Heute sind wir gut zum Vögel. Ich bin der Warno. Ich bin der Warno von Dennis der Warno. Ja und ich bin der Daniel. Ich kenne Dennis seit Daniel. Dennis ist einer meiner allerbesten Daniel. Denno! Nein! Die beiden kommen natürlich nicht ohne Auftrag, sondern sollen die natürlich alle Kandidatinnen kennenlernen, die für Dennis noch da sind. Und die sollen ihm dabei helfen. Wie ich mich entscheiden sollte, wie es weitergeht. Und gut, dass ihr da seid auf jeden Fall. Ja, da hast du mir deine Unterstützung. Dennis fällt dann erstmal gar nicht auf, dass der Tisch für vier weitere Personen gedeckt ist. Ja, wer könnte denn da wohl kommen? Ich dachte schon so, ach du heilige Scheiße. Dennis hat ja nicht so wirklich diesen einen Daniel. Aber ich glaube, wer schon sehr in seine Richtung geht, optisch, war auf jeden Fall Warno. Daniel und Warno nehmen sich dann natürlich nach und nach die Frauen zur Seite, um denen jeweils ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Ich komme aus Wuppertal. Ich bin in Nürnberg auch aufgewachsen und bin dann vor eineinhalb Jahren ungefähr mal nach Berlin gezogen. Ich bin Lehrerin. Und habe auch tatsächlich in Argenbühl im Allgäu mein Referendariat gemacht. Ich arbeite gerade in der Unternehmensberatung. Der größte Teil ist Homeoffice tatsächlich. Also ich könnte von überall arbeiten. Das wäre doch ein Match mit Laura gewesen, die ja jemanden gesucht hat, der nicht ortsgebunden arbeitet. Aber die ist ja leider raus. Zart. Lissi ist in manchen Sachen sehr ähnlich zu Dennis, seiner Ex-Freundin. Es wird noch mit einem Einzeldate heute weitergehen. Und Rebecca! Ich würde mich freuen, wenn wir heute noch ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Vor dem Einzeldate liefern natürlich aber die Freunde das Feedback an Dennis. Ja, Nadja ist ein super netter Mensch. Was man gemerkt hat in dem Gespräch war, dass ihr Familie sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist schon auch ein Punkt für dich. Wir können jetzt dabei zusehen, wie die beiden Freunde ein Fettnäpfchen für Dennis vorbereiten, in das er auch später ganz elegant reinlatschen wird. Mit der Lissi habt ihr ja beide mal gesprochen zum Schluss. Super sympathisches Mädchen. Sind gewisse Parallelen zu deiner Vergangenheit da, oder? Ja. Ja, Lissi kann jetzt vielleicht nicht immer was mit meinem Humor anfangen. Und so war es leider bei meiner letzten Partnerin auch. Natürlich findet der gleiche Spaß auch bei Sebastian statt. Und ich finde, das ist doch so ein bisschen die Schwäche dieser Staffel. Also es springt so hin und her zwischen den beiden. Da kommt aber keine Konkurrenz zustande. Also im Grunde ist das wie zwei Staffeln der Batchlein, eine zusammen gemasht. Also mir erschließt sich nach wie vor der Sinn dahinter nicht. Aber na gut, gucken wir uns das einfach weiter an. Was sollen wir tun? Beste Wetter, hab ich gesagt. Ja, hab ich schon gesehen. Ja, aber ich muss sagen, für den Anlass, den wir heute haben, glaube ich, ist das das perfekte Wetter. Wir werden nämlich heute eine kleine Weinverkostung machen. Oh. Sehr schön. Deswegen, bitte, nehmt Platz. Bei Sebastian State mit seinen übrigen vier Kandidatinnen gibt es also eine Weinprobe und dazu ordentlich... Cheese. Wie findet ihr den Wein? Alle Frauen um Sebastian drehen sich rum und er bekommt das irgendwie nicht so wirklich mit, wenn man uns weiß machen. Und er ist dann völlig überrascht, wer da gerade kommt. Die haben alle noch nie den Bachelor gesehen. Die können sich das vorher alle überhaupt gar nicht denken, was passiert. Hier ist halt auch erstmal die Situation. Ja, alles gut bei dir? Ist doch nicht... Oh mein Gott. Wie ihr seht, bekommt Sebastian keinen Besuch von seinen Freunden, sondern von seinem Bruder und seiner irgendwie 35- bis 40-jährigen Mutter. Hi. Hi. Ich höre dich einfach. Oh, Larissa. Freut mich. Ja, ich bin Larissa. Mein erster Eindruck war auf jeden Fall... Hochnäsige Zicker. Dann gehen natürlich die Gespräche los. Erstmal so alle gemeinsam an einem großen Tisch. Kim ist völlig genervt von Larissa und Larissa ist aber auch eine Selbstdarstellerin sondergleichen. Also die bringt sich daher vor, die ganze Zeit... Das ist wirklich anstrengend zuzugucken. Das war auch schwierig, das zusammenzuschneiden. Habe ich nicht gemacht. Tja, Pech. Kim dagegen kommt überhaupt gar nicht zu Wort. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass bei den meisten Ladies auch so ein bisschen war, ach komm, und jetzt rück ich mal so mich so ein bisschen in den Vordergrund und dann zeig jetzt mal, wie toll ich bin. Also das wäre ja so mein Traum gewesen, wie so einem Hollywood-Film, so ein Hai beiß in den Käfig. Und du haust ihm auf die Nase? Ja, genau, genau, richtig. Einzelgespräche folgen dann natürlich auch noch, zum Beispiel zwischen Mutti und Eva. Was war denn so dein erster Gedanke, als du Sebastian gesehen hast? Oder Claire? Ja, rein vom Äußerlichen, klar, groß, dann braune Haare fand ich gut, schöne Augen. Der Brudi spricht mit Freya und Kim, wobei Kim auch bei diesem Gespräch, glaube ich, zwei Antworten gibt. Also die ist unfassbar ruhig und unsicher in diesen Momenten. Und ihr sagt, der ist es? Nö. Ich bin halt einfach so, wie ich bin. Man kann so humorvoll, sarkastisch mit ihm sein, aber ich habe auch das Gefühl, man hat so eine unglaubliche Tiefe in den Gesprächen. Aber ich fand es auch ein bisschen schwierig, weil man saß da ja dann zu zweit. Habe ich eigentlich schon Larissas Selbstdarstellerei erwähnt? Also ich fände es ja auch sympathisch, wenn man mal der Mutter Fragen stellt, aber da kommt irgendwie keiner so wirklich drauf. Du meinst Tattoos? Ja, ich habe ein Tattoo, aber ich brauche Heus, tatsächlich. Ehm? Ich habe das damals gemacht, weil ich schon so, weiß ich nicht, ein bisschen verzweifelt war und dachte, ich brauche mal was Neues im Leben. Dann dachte ich mir, ich habe ein paar Ideen. Und dann habe ich das gemacht, tatsächlich. Du hast also keinen Tattoo. Ich habe keine Tattoos, nein. Würde ich auch nie machen. Bis jetzt, wo ich bin 30, also auch jetzt mittlerweile... Doch, schon so alt. Ja, da war ich noch was, Alter. Durch ihre Offenheit und ihren Humor schafft sie es auch bei Mutti zu punkten. Und wenn man das Gespräch so ganz isoliert betrachtet, ist das ja auch wirklich ein lustiges, dynamisches Gespräch, dem man sogar gerne zusieht. Mal abgesehen davon, dass sie viel zu oft tatsächlich sagen. Aber insgesamt ist mir Larissa über die Staffel hinweg viel zu siegessicher geworden. Also die glaubt ja, die hat das Ding schon in der Tasche. Und das finde ich wirklich anstrengend. Sie strahlt für mich das aus, was ich mag. Mag sein, dass sie mir sehr ähnlich ist. Hast du dich schon mal geöffnet für einen Mann? Immer mit Hintertürchen, tatsächlich. Auch wenn es vielleicht nicht für mich spricht, ist es tatsächlich so. Dementsprechend fällt dann natürlich auch das Familienfeedback aus. Also Kim ist super nett, aber ich glaube, sie ist ein bisschen zu ruhig für dich, um ehrlich zu sein. Freya ist schon sehr outgoing, aber das, ehrlicherweise, gefällt mir jetzt auch. Die ist richtig gut, die ist richtig tough. Eva ist super lieb. Könnte sein, dass ihre Päckchen ein bisschen zu groß sind für dich. Ich glaube, Larissa... ...ist für mich aktuell die absolute Favoritin. Hast du Dennis' Blick gesehen an dieser Stelle? Sonst gib doch mal kurz zurück die 10 Sekunden. Wenn dieser Blick nicht sagt, Larissa ist auch meine Favoritin und ich freue mich, dass du das genauso siehst, dann weiß ich auch nicht. Also wahrscheinlich hat ihr den Sieg wahrhaftig, nicht tatsächlich, schon in der Tasche. Egal, welche von diesen Frauen du am Ende mit nach Hause bringst, sie passen alle bei uns rein. Wo Bachelors steht jetzt noch ein Einzeldate an und wir sehen jetzt erstmal Dennis. Mir war es sehr wichtig, heute das Einzeldate mit... ...zu haben. Ihr glaubt nicht, was da passiert. Wie geht's dir denn so bezüglich deinen Emotionen gerade? Also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht verliebt. Sie erklärt dann, dass Verliebtsein und Liebe bei ihm immer eine gewisse Zeit brauchen, was ja auch vernünftig ist und jada, 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 irgendwann knutschen die miteinander. Normalerweise, denke ich mal, wären wir uns vielleicht auch schon näher gekommen. Der nächste Schritt wäre ja dann schon mal so ein bisschen mehr rummachen. Also dieses Knutschen hat sich so chronifiziert, das holt mich überhaupt gar nicht mehr ab. Kein Highlight mehr, völlig egal geworden. Das fühlt ihr mich super wohl. Eva hat ein Date mit Sebastian und da hat sie jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir trinken noch mal einen kurzen Schluck von dem hier. Die zweite Möglichkeit, die wir gleich haben. Und zwar haben wir gleich die Möglichkeit, unseren eigenen Wein zu machen. Ah. Ja, Science! Eva gibt es dann ein Gespräch, das wirklich mal in die Tiefe geht und in dem es nicht darum geht, miteinander irgendwie jetzt möglichst bald mal irgendwie einen Schritt weiter zu machen. Was ich mir auch beim letzten Date gedacht habe mit diesem Heiler, ich finde, dass du auf einmal so, also wie als wäre noch mal so ein bisschen so eine Hülle von dir gefallen, wo ich so das Gefühl habe, dass du sehr krampfhaft versuchst, die halt aufrecht zu halten. Und ich weiß nicht, ob du das nur bei mir versuchst oder halt generell bei allen. Sie trägt ihr Herz auf der Zunge und spricht das aus, was sie einfach fühlt in dem Augenblick. Das ist nicht so ein Versteckspiel, dass du dann einfach gar nicht weißt, was sie denkt, sondern nein, du weißt ganz genau, was sie denkt, weil sie sagt das einfach. Was übrigens auch mein Problem mit Leonie war, ich fand die ja gar nicht so insgesamt scheiße, die hat ja keinem was Böses getan. Was ich aber bei Leonie schwierig fand, war, dass sie eben nicht immer gesagt hat, was sie denkt, dass sie da immer so ein Spielchen draus gemacht hat. Und Sebastian sollte dann raten, was sie gerade sagen möchte, zum Beispiel, als sie dann meinte, irgendjemand meint es nicht ernst. Das war, glaube ich, für ihn hinderlich, das hat ihn skeptisch gemacht und er braucht einfach jemanden, der gerade heraus sagt, das sind meine Gedanken und lass uns darüber gemeinsam sprechen. Perfekt, das ist ja genau mein Level an kitschiger Romantik. Ja, das ist dick. Ein Herzchen. Noch ein kleines Herz. Ja, das muss noch wachsen. Eva ist übrigens auch die erste und einzige in der ganzen Staffel bisher, die den Bachelor fragt, ob sie ihn küssen darf und nicht andersrum. Will ich zumindest schon mal noch einen Kuss? Du bekommst noch mehr als einen Kuss? Ja. Das Ganze aber leider wieder mit sehr, sehr viel Zunge. Ja, ein sehr schöner Moment und da ist natürlich auch eine Anziehung da. Es fühlt sich einfach richtig an. Alle gemeinsam treffen sich später am Abend auf der Out of Space Motto Party, um zu schauen, wen die Batchlines allschießen. Out of Space Party, geniales Motto und geniale Outfits. Ich hätte mir ja für die beiden Bachelor passenderweise Outfits wie dieses hier gewünscht. Ich habe das meiner KI erstellen lassen. Und für die Frauen vielleicht das hier. Ich hätte es irgendwie passender gefunden und auch ein bisschen lustiger. Das Motto ist ja eigentlich auch immer völlig egal. Es wird immer das Sponsoring-Getränk getrunken und am Rande gibt es dann eben Einzelgespräche. Und die sehen wir jetzt in Ausschnitten wieder hier. Wie war so die ganze Woche für dich? Man macht sich aber vieles mittlerweile Gedanken, wie es so weitergeht und wo wir gerade stehen. Am Rande trifft Rebecca jetzt gerade den Nagel ziemlich auf den Kopf, auch wenn sie Teil des Problems ist, weil sie so viel rumknutscht. Aber durch das viele Geknutsche ist man ja quasi schon gezwungen, den nächsten Schritt zu machen, um sich ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Ich finde halt dadurch, dass er so früh mit dem Küssen angefangen hat, kommt man jetzt so nicht mehr weiter. Also so, das ist so das i-Tüpfelchen, meinst du? Genau, oder man, genau, oder für alles, was man jetzt vor Kamera machen kann. Ja, sondern... Man kann ja jetzt nicht weitergehen, so. Katja bleibt heute Abend ungeküsst, das rächt sich vielleicht noch. Vor der Nacht der Rosen sehen wir jetzt aber erstmal noch ein Gespräch zwischen Kim und Sebastian. Ich finde tatsächlich gerade alles mega komisch, weil wir seitdem ein ZDAT nicht mehr gesprochen haben. Ich wollte bei dem Weingut auch schon mit dir alleine sprechen, aber offensichtlich hat es nicht funktioniert. Deswegen hatte ich mir auch heute wieder... Das habe ich gemerkt. Nee, hat mich gar nicht abgeholt. Kim braucht immer ein bisschen, ja. Sie muss immer das Gefühl von Sicherheit bekommen, damit sie ihre Mauer halt einfach fallen lassen kann. Zwischen den beiden hakt es offenbar gerade ziemlich. Sie fühlt sich nicht so gesehen, wie sie es gerne tun würde. Und ich frage mich, ob wir in dieser Staffel noch erleben werden, wie Kim ihre Zähne auseinander bekommt. Das weiß ich nicht. Dennis schnappt sich währenddessen Lissi. Und jetzt kommt das besagte Fettnäpfchen. Ich kann nur allen Männern da draußen den Rat geben, macht das nicht. Und wie geht es dir so von den ganzen Eindrücken nach dem Gespräch mit meinen Kumpels? Ja, wollte ich dich auch noch fragen, wie das Gespräch war. Mach du mal irgendwas. Ja, ja, schon klar. Du bist tatsächlich auch meiner vergangenen Freundin ein bisschen ähnlich. So was sagt man nicht. Nein. Echt. Scheiße, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine Frau alles andere als cool findet. Er versucht sich dann irgendwie noch auszureden und zu retten. Aber im realen Leben wäre sie jetzt wahrscheinlich absolut abgetörnt. Aber hier sind wir beim Bachelor. Das ist nicht das reale Leben. Also wird munter weitergeplaudert. Also vielleicht hat es ja noch ein Nachspiel. Ich kenne ja die nächsten Folgen genauso wenig wie ihr. Nein, 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 du bist auch komplett du und sie, sie und das ist alles fein. Du siehst aus, als würde der Arsch schon auf Grundeis gehen. Ob das positiv oder negativ ist, ich meine die Beziehung hat letztendlich nicht geklappt, aber ich bin ja nicht seine Ex-Freundin. Nein, nein, du bist nicht seine Ex-Freundin bisher. Dieses Gespräch mit der Lissi gerade, das hat echt nochmal alles verändert. Ohne Scheiß. Kommen wir zur Nacht der Rosen. Den Frauen fällt auf, oh Gott, hier sind gar keine Rosen. Müssen wir jetzt alle gehen? Ja, aber die Rosen sind ja auch gar nicht da. Ja, was soll das? Gott sei Dank wird dieser kleine Gag schnell aufgelöst. Die Männer bringen Rosen mit, die Staffel ist noch nicht vorbei und jetzt geht es gleich los. Normalerweise seid ihr die Entscheidung bei mir ja sehr rasant gewohnt, aber es sind ja nur noch wenig Kandidatinnen, deswegen lasse ich jetzt ein paar Sätze mehr drin als sonst. Vielleicht gibst du mir die Chance noch ein bisschen mehr in dein Herz reinzuschauen. Narissa. Ich würde gerne diese wundervollen Momente weiter mit dir ausbauen. Rebecca! Tiefe Gespräche oder schöne Küsse, mit dir fühlt sich beides sehr schön an. Eva. Ich würde gerne diese wundervollen Momente weiter mit dir ausbauen, Katja. Wir fühlen uns sehr wohl beieinander. Du zeigst mir immer mehr, wer du wirklich bist. Kim. Ich verstehe dich immer mehr und mehr. Aber du schaust mit dir, du startest dich aber und rein hier. Und ich freue mich auf eine romantische Zeit mit dir. Wir sehen. Das ist sie. Geküsst zu werden ist also keine Garantie, dass man in dieser Staffel weiterkommen wird. Raus sind also zwei Favoritinnen, nämlich Nadja und Freya. Ich dachte erst, was für ein Penner, aber Dennis hat zumindest eine gute Erklärung parat. Körperliche Anziehung extrem, aber emotional. Ja, natürlich ist man traurig, klar. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Drückt bitte den Abo-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, damit ihr immer sofort darüber informiert werdet, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video hochlade. In der nächsten Folge geht es los mit den Dreamdates, nämlich auf... Mauritius! Lach nicht. Auf die Dreamdates. Gefühle kannst du nicht fälschen, die sind da oder sind nicht da. Ich habe gedacht, dass ich doch so Gefühle aufbauen kann. Ne, das scheint trübt. Sollte das ein Signal für mich sein? Das war zu viel. Ja, aber... Tschüss!